Ich mache ein kleines Video mit einer Luftpistole, dazu werde ich woanders hingehen, aber so mal die Ausrüstung vor allem weg. Gut, bis gleich. Jetzt. Jetzt werde ich die Schwarzen verschießen. Gut, bis gleich. Gut, bis gleich. Gut, bis gleich. Das ist ein doofer Fall. Er ist abgestürzt. Hier habe ich in der Waffe eng bleiben oder das ist in echt krumm Sinn, dann geht mir nicht mehr so gut. Also, den Rest muss man dort strecken, dann geht es ein bisschen rum. Dann dreht sie dann, dass sie vorsichtig rein sinken. Ich stütze zwar mit dem Heckdinger hinten drauf, dass die Haare alle drin sind. Das ist die Blame. Jetzt ist die Blame. Dann ist die Blame. Dann ist die Blame. Dann ist die Blame. Ja, da ist die Blame. den nicht das war schon ein video geile leute